Der, der findet ja mal ich lustig. Der findet ja mal ich lustig, äh. Was kommt denn da noch so? Ja, guckt mal eine Überlegenheit an durch so endlos übertrieben viele Einheiten. Mercer, direkt im Nahkampf. Macht ihr auch noch mal was? Was ist das? Ha, ich hab gewonnen. Hm, ja, geil. Oh, 80 Einheiten. 80 Einheiten. Äh, hab ich jetzt das Richtige gemacht? Moment. Moment, scheiße, ich glaub ich hab jetzt... Moment. Ja, ich hab's richtig gemacht. Puh, was frag ich das überhaupt? Ich sollte es wissen. Egal, jetzt schauen wir uns das Video an für die nächste Mission. Missionsbesprechung beginnt. Kommander, Sie haben das New Paradigm aus dieser Zone vertrieben. Um sicherzustellen, dass wir die Zone bei zukünftigen feindlichen Angriffen halten können, richten Sie eine vorgelagerte Basis auf dem Plateau ein. Die Untersuchung des eroberten Gebäudes hat ergeben, dass die Technologie der Synaptischen Verbindung in diesem Gebäude untergebracht war, jedoch vom Feind entfernt wurde. Sobald die vorgelagerte Basis eingerichtet ist, werden wir unsere Suche fortsetzen. Missionstimer aktiviert. Warte, bleib, 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 bleib. Hallo, warte, bleib. Was ist das, 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 was ich glaube, das ist nicht wirklich gut? Eine halbe Stunde bloß. Äh, ihr bewegt euch auch da rauf. Hallo. Ich sollt euch da rauf bewegen. Wenn ihr mal die Freundlichkeit hättet. Die Einheiten machen mich doch... ...wahnsinnig. Was? Hä? Wow. Wo ist der Transporter hin? Vorrückender feindlicher Transport. Schweins meldet. Oh, jetzt sind solche Wichse. Apropos Wichse. Nein, ich kann nichts mehr davon. Nein, wir haben auch keine neuen Videos. Oh, was? Was ist das? Wo ist Gruppe 4? Wo muss ich die Basis richten? Oh, ich bin verwirrt. Ah, Mission 7. Mission 7. Ich bin verwirrt. Oh, Scheiße. Slow-Motion-Modus. Durchweisen mir jetzt einfach mal ab und vor. Moment, was ist das? Gebäudeforschung abgeschlossen. Weiterforschung in Richtung höhere Forschungsgeschwindigkeit. Yeah, erforschen! Mach ich irgendwann noch mal was anderes? Nein. Nein. Gut, und an diesem Punkt werden wir jetzt aufhören. Denn es reicht für heute. Fast zwei Stunden, oder? Eineinhalb? Ja, doch. So, das bereichen würde ich sagen. Also für jetzt. Hier jetzt heute, ne? Wohl, ist ja schon morgen, ne? Also... Äh, ja. Ja, es reicht auf jeden Fall jetzt erstmal alles ran. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal!